Kerosin. Ey, das waren die zwei Typen. Ach Gott, ehrlich? Geht's wieder zurück? Oh, ne. Sind wir gleich. Mhm, ich glaub auch nicht. Hast du Zuckungen lassen? Nein. Der Hascher. Halt, stopp. Das Ding, du bist die Mute. Komm mal raus. Was? Ja. Um. Komm mal mit. Überfall. Ist das hier romantisch genug? Weißt du, ich hab heute den ganzen Tag versucht, einen verdammten Diamant ring zu finden. Ich hab irgendwie keinen gefunden. Was? Ja, ich hab so viele Leute gefragt. Und jetzt hab ich einfach keinen gefunden. Oh Gott. Ja. Aber ich hab etwas anderes gefunden. Warte. Ja. Nein, ich bin dran. Ja, nein, ich wollte nur meine Bandana absetzen, Mann. Ja. Frau Hoos möchte mich heiraten. Ja, ich will. Okay. Oh, okay. Dann nimm bitte hier diesen Donut Ring von mir. Perfekt. Ich werd ihn sofort essen. Oh Gott. Ach, zur Hölle. Oh. Top. Komm. Zu bescheuern. Ich schieß dir gleich den Kopf weg, Mann. Ja, das war zur Feier. Mit meinen eigenen Händen. Ja, ja. Das sind sich Freundschüsse. Ja, richtig. Okay, wir können jetzt weiterfahren. Was denn, ey? What the fuck? Wieso? Das war doch verniedlich. Ja, ne? Donut Ring. Ey komm, der Sternenhimmel war perfekt.